Ein Jahr vor der Nationalratswahl startet die FPÖ den Heimatherbst. Bis November dauern die freiheitlichen Veranstaltungen, bei denen Herbert Kickl und andere Parteigrößen mit der Bevölkerung in Kontakt kommen wollen. Man gehe dorthin, wo sich andere schon lange nicht mehr hintrauen würden, so der Parteiobmann. In allen neuen Bundesländern will die FPÖ-Spitze auf ihre Heimat-Tour einen ganz intensiven Schulterschluss mit der Bevölkerung leben. Und das ganz ohne Berührungsängste. Damit will die FPÖ es anders machen als die politische Konkurrenz, die den direkten Kontakt zur Bevölkerung vermeidet, betonte Kickl. Im Zuge der Heimat-Tour wurde auch im oberösterreichischen Micheldorf Halt gemacht. 1000 Menschen sind der Einladung gefolgt. Am Rednerpult war unter anderem FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner. Ja, ich weiß, da werden jetzt manche vielleicht in Schnappatmung ein bisschen geraten. Die Kollegen aus der Medienlandschaft vielleicht, die lieben Freunde aus dem ORF. Und wenn ich schon beim ORF bin, dann muss ich ein großes Lob ansprechen und großen Respekt. Und zwar dem Herbert gegenüber. Denn vor ein paar Wochen hat ja ein selbsternannter ORF-Komiker versucht, wieder mal unseren Herbert Kickl zu belästigen. Und der ist dann ein bisschen unsanft aus dem Bus entfernt worden. Und dazu sage ich aber Folgendes. Lieber Herbert, ich danke dir, dass du oder die Security diesem Herrn einmal die Grenzen aufgezeigt hat. Denn Pressefreiheit heißt nämlich nicht, dass wir als freiheitliche Politiker immer und überall freiwillig sind. Liebe Freunde, dass man uns bis aufs Klo nachstellen kann und uns aller Orten auflauern darf. Pressefreiheit heißt ausdrücklich nicht, dass für Journalisten überhaupt keine Regeln und keine Gesetze gelten. Wenn wir uns als Politiker im Ton vergreifen, und das kann schon auch einmal in der Hitze des Gefechtes passieren, dann sind alle Zeitungen voll. Aber umgekehrt glauben viele Medienleute, dass sie sich überall benehmen können, wie es ihnen passt. Und es ist überhaupt etwas, das in diesem Land einige verlernt zu haben scheinen. Anstand und Gutes benehmen. Aber ich verspreche euch eines. Unter einem freiheitlichen Kanzler Kickl werden so einige wieder das Benehmen lernen. Und genau deswegen sind wir heute da. Weil wir der Meinung sind, nach vier Jahren Schwarz-Grün in Wien unten, da braucht es wieder die Kroft. Da braucht es wieder die Kroft, die auf eurer Seite steht. Wir sind deshalb da, weil wir der Meinung sind, es braucht wieder eine Kroft, die sie nicht kaufen lässt, die sie nicht verbirgen lässt, die sich aber auch nicht aufhalten lässt, egal wie sie es auch probieren. Es braucht eine Kroft, die da drinnen noch ein Herz für die Menschen hat. Ein Herz für euch, liebe Freunde. Herbert Kickl heißt die Kroft, da unten sitzt und noch, mir wird auf die Bühne kommen. Volkskanzler statt Volksverräter, wenn ihr so wollt, und das ist dringend Zeit. Und bisher haben sie es ja geschafft, dass sie sich irgendwie durch der Wursteln, die Schwarzen und die Grünen mit irgendwelchen, Dankeschön, ich wollte nur, dass du einmal einen Auftritt hast, dass sie sich irgendwie durch der Wursteln mit Hinterzimmer-Deals, dass man sich gegenseitig nicht wehtut. Aber, liebe Freunde, es liegt etwas in der Luft. Und spätestens nächstes Jahr ist es dann soweit. Dann schlagt die Stunde null, dann ist da die Nationalratswahl. Dann seid ihr alle am Wort, jeder Einzelne. Dann können sie auch von euch nicht mehr davonlaufen, egal welche Dealszene einfallen. Und dann ist es soweit, dann könnt ihr euch die Rechnung präsentieren. Die Rechnung für all das, was sie euch und euren Familien andern haben die letzten Jahre. Die Rechnung für den Corona-Wahnsinn. Und das muss man noch einmal aussprechen, was da passiert ist. Wo sie ja alle arbeiten gehen dürfen, aber gleichzeitig wird sie daheim eingesperrt. Wenn du in Wien unten ein Pädophiler bist, dann wirst du keinen einzigen Tag eingesperrt. Schlimmer behandelt als Verbrecher haben sie euch und dafür könnt ihr die Rechnung präsentieren. Wir sind jetzt unterwegs im ganzen Land. Wir waren in Hartberg. Und Hartberg, wer das kennt, da in der Oststeiermark, nicht gerade das Zentrum der Welt. Also keine Metropole, würde ich mal sagen. Aber dort waren in drei Stunden in einem Festzelt mehr Leute, mehr Leute, als bei drei Kinofilmen über Sebastian Kurz in drei Monaten in ganz Österreich. Und in diesen Kinofilmen haben sie Millionen investiert und einen Ladenhüter produziert. Ja, ich wäre frustriert, wenn bei der Premiere dieses Kinofilms weniger Leute sind, als bei der ersten Gerichtsverhandlung des Herrn Kurz. Aber so war es. So war es. Und so ist das eigentlich überall, wo wir hinkommen. Volle Häuser und eine gute Stimmung, Zuversicht und Optimismus. Ich merke nichts von diesem angeblichen Ranzertum. Und davon, dass bei den Freiheitlichen nur die Nörgler sitzen, sondern ich sehe lauter Leute, die eine Hoffnung in die Zukunft investieren, aber die nicht bereit sind, auf diese falschen Fuchzger zu setzen, die bisher alles verbockt haben. Das ist das freiheitliche Publikum. Optimisten und Leute, die Hoffnung haben und die aus dem eigenen Land noch etwas machen wollen und die uns dabei unterstützen wollen, zu retten, was zu retten ist. Und mit diesen Leuten ziehen wir an einem Strang und jeden Tag, das kann ich euch sagen, werden es mehr. Und ich sage es, wie es ist, ihr alle kennt den Spruch, dass der Fisch am Kopf zu stinken beginnt. Und wenn man das weiß, dann müssen wir am Kopf anfangen mit den Reparaturmaßnahmen. Und deswegen sage ich, dass Österreich einen Bundeskanzler braucht, der sich um die Bürger kümmert. Das ist das, was die Menschen haben wollen. Darauf haben sie ein Recht. Das, was wir gegenwärtig serviert bekommen, ist einen Bundeskanzler, der sich um die Bürger kümmert. Das ist was ganz was anderes. Das meine ich mit einem Volkskanzler. Einen Volkskanzler brauchen wir. Und keinen Systemkanzler, der möglicherweise glaubt, dass die englische Übersetzung vom Bundeskanzler Burger King ist. Ja, liebe Freunde. Aber es ist ja irgendwie, es ist ja irgendwie symptomatisch für diese Politik. Junkpolitik, Junkfood. Das passt zusammen. Klumpert da wie dort. Und wenn ich bei Junkfood und bei einem Klumpert bin, dann ist es nicht weit zu Werner Kogler. Der ist ja, den muss ich deshalb erwähnen, weil der ist gegenwärtig regelrecht benebelt und berauscht vom Umfrage-Höhenflug seiner Partei. Und gibt seltsame Interviews. Der hat also jetzt gesagt, dass die Bezeichnung oder der Begriff Volkskanzler grindig ist. Das hat er, glaube ich, in einem Standard-Interview abgesondert, kann man da nur sagen. Also erstens einmal ist das nicht grindig. Und zweitens, Herr Kogler, es gibt nichts in diesem Land auf der politischen Ebene, was so grindig ist wie Sie. Das ist doch der entscheidende Punkt. Da musst du ja genieren. Da musst du ja genieren, wenn du Gäste aus dem Ausland hast, die schalten den Fernseher ein, dann sehen sie den und fragen die, wer das ist. Und dann musst du sagen, das ist der Vizeregierungschef aus Österreich. Du hast gesagt, du schaltest den Fernseher gar nicht ein. Das ist der Werner Kogler und der reißt den Mund auf. Aber es ist gut, der Wähler wird das erledigen, der wird die Grünen kompostieren auf demokratische Art und Weise bei der nächsten Wahl. Das, was mich antreibt, das ist der unbeugsame Wille. Und ich sage das ganz bewusst mit diesen pathetischen Worten. Der unbeugsame Wille. Und es ist die vollste persönliche Bereitschaft, die vollste, mit jeder Faser meines Körpers, selber überhaupt nichts anderes zu sein, als eure Stimme und euer Sprachrohr, als euer Instrument und euer Werkzeug, als euer Diener und euer Beschützer. Das ist es, was mich antreibt. Und für mich ist das das edelste Motiv, das man in der Politik haben kann.